so ich werfe einen blick auf die map gerade mal ja also ich würde sagen die beiden hier gehen noch nicht dann mal noch kurz schläger von boston ist dann auch nur ein katzensprung weiter und dann geht's ab nach new york new york oh ja oh ein waschbär guck mal wieder auf einmal abhälst zack ja qualität scheiß auf die qualität so ich glaube so komme ich sogar komplett drüber einmal nein nicht auf den hasen was mache ich denn da egal habe ich unbeschädigtes hasen pelz zeug hier fallen die nicht darauf rein habe ich den kühler dabei sprengfallen giftweile kann ich die vergiften alter das viel ist dadurch nicht unterzukriegen so ich wechsle mal wieder hat sich abgemault ok vergiften kann man hier also auch nur die größeren werden dann natürlich aggressiv weil es ein bisschen dauert ok was war das oder was ist das ist das ein luchs zack nee ein wolf so weiter zur feder oh verdammt ah scheiße ey diese wölfe immer ne alter schwede verrecke und tschüss pissnicken ey ach und das reh hier kann ich jetzt nicht irgendwie häuten heute jawohl ja sehr schön zack sehr nice sehr nice so die eine feder fehlt noch oh zwei klunker ich dachte mir fehlt nur noch ein klunker waren das doch noch zwei naja wie dem auch sei das wird auch noch in angriff genommen oh was haben wir da drüben denn voll ängstlich die viecher hey alter so da oben was ach komm dann halt hier so geht doch geht doch oh und das war völlig für die katz sehe ich gerade naja nicht ganz völlig aber fast völlig so ich weiß allerdings glaube ich schon wie ich dahin komme ja wenn Conner hier mal laufen würde jawoll so wird ein Schuh Schuh draus sehr schön und hier kann ich den baum hochklettern was jawoll gut da ist ein weg nach oben oh nice was ist denn hier noch hier kann ich noch weiter hochklettern will ich natürlich wissen was da ist ne ich wow ne naja gar nichts aber wenn ich schon hier bin kletter ich auch gleich ganz hoch auf den Berg oder hügel uuuu wow das hätte ich fast verpackt alter Löwe oder Luchs Puma naja fast hier scheinen viele Pumas zu leben uuuu so hier drauf will ich nice tja der höchste Punkt erreicht ich würde sagen Zeit für einen Abflug und Zeit hier abzuhauen Schläger von Boston in die Richtung war ja klar ja ich will hoffen hier gibt es irgendwie einen Todessprung nach unten weil ansonsten ja ne scheiße das ist bisschen blöd hier alles hm und wenn ich mich in den Tod stürze ne oh da ist ein Puma mein Puma und tschüss jawohl ja die gesammelten Waren zur Kontaktperson liefern ok cool hab ich das offenbar fertig hier egal dem bisschen Schaden hier jawoll 90 Grad runterrutschen noch kein Ding so wo ist denn die Kontaktperson ach da ganz höher das kann ich dann ja gleich auch noch machen teleportiere ich mich dahin lauf kurz dahin mach das beides und dann bin ich auch schon wieder weg so den Lieferauftrag muss ich auch noch da gibt es auch noch einen aber das wird dann danach in Angriff genommen ne ich mache ich dann nächstes Mal erstmal heißt es jetzt hier die zwei Sachen und dann ab nach New York genau das heißt es so jawoll sehr schön so Schläger von Boston wie soll ich hier Windel weich prügeln die wollen aufs Maul hab ich gehört ok ok bam kriegt er hier aufs Maul und zack 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 na schon wieder schon blöd wenn man so blöd ist was zack jawoll den habe ich schön ausgenockt oh verdammt bam jawoll und uuuuh das sah übel aus und voll eins in die Fresse noch gebratzt oh wollt ihr da noch aufstehen ja ja ich habe echt gut gekämpft plündern wir den noch kurz aus hm Giftpfeile ist sehr schön und dann würde ich mal sagen ab nach da unten so wenn der dann mal mit Laden fertig ist hier ja sehr gut ich muss jetzt nur noch kurz da hin und dann habe ich es 300 sind das doch noch hätte ich nicht gedacht alter wie schnell das mit dem Pferd geht so quer fällt ein um ein bisschen Weg hier zu sparen nein oh hab ich die Pistole ausgerüstet naja ja aber was haben wir denn da überhaupt achso wapiti ne hirsch uuuuh hirsche gibt es hier auch ach mein Pferd so ich ähm ne nicht Karte das wollte ich genau mal wieder zum Wurfpfeil wechseln und zum Schwert ne jetzt zur versteckten Klinge sooo die Sache ist erledigt stellst du dich eine Herausforderung achso es gibt ein Luchs in der Gegend wie noch irgendwas kann gar nicht zählen wie viele ihm schon ans Fell wollten es ist fast perfekt das ist dein Vermögen wert ganz zu schweigen von dem Ruhm den es dir einbrächte okay ähm naja werde ich auch noch machen aber erst nachdem ich in New York war jo da nicht für tausend hat das gebracht naja 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 gut das ist sowieso da oben das passt ja ganz schön ganz gut ja ähm schnellreise genau würde ich sagen geht's ab nach New York und dann sehen wir mal zu was wir dort noch zu erledigen haben wir sollten ja noch ein paar Sachen besorgen oder so uh catwalk äh ja auch das kann Connor ne ich hab schon überlegt ob ich die Ladesequenzen einfach überspringe aber dafür sind die an sich zu kurz als dass sich das lohnen würde ne achso das ist Zielort das ist hier Siedlungsmission Befragungsmission Alter da haben wir ja wieder ohne Ende hier was zu tun ich würde sagen dort sollen wir jemanden eliminieren dort gibt es auch eine Kiste fangen wir doch mal da an 400 Meter ja wollte zwar eigentlich nicht aufs Pferd aber jetzt setze ich schon mal drauf also Alter ist das Pferd irgendwie behindert? können Pferde überhaupt behindert sein? geht das? uh du 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 ja schon erledigt ja immer noch weglaufen brauchen die jetzt auch nicht mehr Allein schon Jetzt habe ich das noch nicht geschafft Weil ich habe Am Arsch Weil ich den Pisser da nicht habe ausreden lassen So Dem hier bei seinem Feld helfen Ich kann doch Neuerdings Leibwache Ja mach Finde ich geil mit diesem Leibwächter Gute Idee von denen Alter das sieht gerade Etwas abartig aus Ich gehe mal weg Da ist er Oh Gute 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 Arbeit Pferd hier Zack Alter wie geil Alter wie geil Ist bitte der Wurffeil Ehrlich mal auch Zack Nice ey Schön herkommen Zack Alter richtig geil Nee ist es nicht Aber darum haben wir uns jetzt ja gekümmert Also können wir mal Weiter in Richtung Auftragsattentat Dort drüben Ein Farmer Achso das habe ich jetzt geschafft Gut Willst Gute Gute Gute